Prozent und damit ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren folgenden müssen bei folge 5 10 an die Land und hier trägt uns hinten die stylische Brille was müssen wir denn hier machen müssen wieder warum sind da drei Ziele angegeben müssen zwei klar okay da kann ich mich schon mal verstecken ich bin ja Bulle dann kann ich mich ja hier eigentlich frei bewegen Achse und Hammer austauschen öh ja wieso nicht nach unten klettern ach ne halt bei Bulle ich sehe Tabulat halt aber noch ein Tabulat und so ein offenes Fenster ausgezeichnet zu Gibt's was Tabulat sieht aus als könnte man Prozent mit einem Schraubenschlüssel diese Kabel lockern was bringt es mir ich habe Mutterschlüssel kein Schraubenschlüssel neil scheiße karte nach oben karte nach oben. Oh, das sind wir direkt neben dem Strom. Die da unten sehen mich nicht. Finde ich gut. Äh, durchs Fenster klettern. Ist hier jemand? Oh, ich hab grad gedacht, hier wäre jemand. Ich kann nicht betreten. Schlaftabletten? Okay. Hier ist es überhaupt niemand, oder? Und Hammer? Ne, ah, okay doch vielleicht. So ein Hammer ist wesentlich leichter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Äh, nein, möchte ich nicht, danke. Hier ist gar niemand. Verkleiden. Hallo? Hallo? Verkleiden? Ah, okay. Okay, 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 okay. Boah, sind da viele. Ah, da blinkt, hat doch gerade irgendwas geblinkt. Das ist schlössig. Okay, du kannst die Knie mit deinem, hör an, wenn die was an deinem Hals liegt. Ach, das ist schlössig, das ist schlössig, Lenni. denn jetzt, verdammt. Da ist Lenny. Ich hab zwar noch nie einer sich der Finger repariert, aber ich hab mir das eine oder andere an einem alten Herrn abgekauft, wie ich dann suche mir einfach mal. Sie, Sie, Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Wot, wo kam der gerade hergeflogen? Da sein alles klar. Lenny ist meine einzige Verbindung zu Viktoria, muss am Leben bleiben. Vorerst. Okay. Wo kann ich den jetzt hinverschleppen? Fallen lassen. Ich muss erst mal gucken. Oh Gott, nein. Hier auf jeden Fall nicht. Ich muss erst mal gucken, wo ich die loswerden kann. Muss ich da ganz da nach oben, oder was? Boah. Boah. Wollt ihr da unten, oder... Kann ich die... Ach, komm! Ich möchte doch hier irgendwo verstecken, dass die nicht in der Nähe ist. Nein, hier kann ich sie verstecken. Alles klar, alles klar, alles klar. Schleppen. Ja, Tabulator, ja, ja, bla bla. Ich weiß, dass Lenny am Leben bleiben muss. So. Wot, 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 wot. Wer sieht mich da? Okay, dann lassen wir ihn mal hier liegen. Mit der Hoffnung, dass da niemand herkommt. Wenn ich mal sagen, gehen wir kurz hier nach oben. Weil ich hab da etwas gesehen. Und zwar... Hier. Die Dinger leuchten. Oh Gott, da ist ein Billardtisch in einem... Wom soll denn das bitte gehen? Da oben, da oben liegt irgendwas. Eine Notiz oder so. Das direkt unter mir. Wot, wot, wot nützt mir das, wenn der direkt unter mir ist? Was denn das da? Ah, ich glaub, das ist... Ich glaub, das ist auch ein Typ. Okay. Okay, okay, okay. Muss man erst mal alles überblicken. Eigentlich kann ich mich doch hier frei bewegen, oder? Oh, da lag es auf dem Boden. Ach ne, von hier komm ich, okay. Ja, aber das will ich jetzt nicht, nein. Ich brauch immer noch einen Schraub... Einen Schraubenschlüssel. Brauch ich. Was, wo krieg ich denn her? Wo krieg ich diesen verkackten Schraubenschlüssel her? Kann ich mich hier frei bewegen? So eine Flasche, nein. Was? Hey, hey, Finger weg von der Pizza, die ist nur für Lenny, Sie wissen schon. A la Chicago. Was, nur für Lenny? Hey Arschloch, nettes Outfit. Das heißt, da ist niemand... Da hätt nur Lenny davon gegessen. Händen wir auf jeden Fall mal das Messer. Auf jeden Fall. Und ich brauch jetzt hier... Oh. Feuerzeug, Benzin. Scheiße, ich hab jetzt das Ding nicht gelesen. Warte, warte, warte. Dahinten blinkt noch sehr viel. Hey, hey, wo hast du denn die Klamotten her, Mann? Von dem Obdachlosen? Ja. Ich bin ganz genau. Puh. Geh' ich nochmal da unten... Halt mal vor jetzt... Da unten lang. Alter, sind wir ja nicht richtig... Oder sind wir ja nicht weitergegangen. Scharfe Soße gegen Feuerzeug, Benzin. Direkt aufs Teak. Okay. Messer und Benzinkanister. Auf jeden Fall. Los zum Punkte sammeln. Ich muss irgendwie da hinten durch. Hallo? Achso, der ist gar nicht mal bei mir. Ja! Ich hab'n Schraufschlüssel. Okay, jetzt gehen wir ganz schnell dann mit zurück. Öffnen. Gehen wir hier rein. Genau, oben rein. So. Schlaftabletten. Nein, 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 nein. Der hat gesagt, ein Steak. Also müsste es hier auch irgendwie ein Steak geben. Aber ich weiß nicht wo. Ob das auch Lenny gegessen hätte? Kann ich euch nicht sagen. So. Okay, okay. Müssen wir hier wieder nach unten. Das ist nicht unsere Zielperson. Dann drücken wir nach unten. Bevor die kommt, kriegen wir das locker hin. Was? Tabulator. Ja, weiß ich doch. Wo muss ich denn das machen? Ach. Ach, der pinkelt da hin. Okay. Der ist jetzt da hinten nicht anstatt von der Pizza. Ah, Bullshit. Okay, jetzt geht der wieder. Kabel abziehen. Okay, dazu bin ich jetzt zu dicht dran. Ja. Junge. Junge. Junge auf den Keks. Wieso geht das jetzt nicht? Ich will mich verarschen. Ja. Eh. Benutzen. Auf. Was ist denn? was ist das passiert? Okay, wie hab ich jetzt denn bitte geh... Wie ging denn jetzt der drauf? Was zum Teufel? Ach du Schande. Das hätte ich gern nochmal gesehen, weil ich hab da eigentlich nichts gemacht. Das fand ich ja gerade sehr kurios. Okay. Alles klar. Immer gut, wenn man nicht weiß, an was man gestorben ist. Das Teil unten liegt da. Tja, wird für immer ein Rätsel bleiben. So. Denken wir erste Hilfe. Oh nein. Okay. Ich weiß was du vor hast. Das kann ich nicht zulassen. Das ist mein Bruder, den du da hast. Mein kleiner Bruder. Mein Fleisch. Mein Blut. Wenn du ihn auch nur ein Pickel auf dem Arsch ausdrückst, mach ich dich kalt. Okay. 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 Ja, ja, ja. Vom Feinsten. Verdammt, das ist ein echtes Drama hier. Entsichert eure Waffen. Ja. Ich bin fertig. Nein, 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 ach nee, ach komm, jetzt haben wir das so gut hingearbeitet und jetzt ist alles scheiße. Boah, im Ernst. Das ist der Warrior, oder? Aus der Großstadt, richtig? Ach, scheiße. Alles... Bullshit. Ja, komm. Ich hab da überhaupt grad niemanden getroffen. Gar niemand. Ach, da muss da, kann ich stecken, okay. Schlaftabletten, danke. Öffnen. Oh, unglaublich, was die Leute alles tun wollen. Ja, das war's. Hey, weißt du, was die machen? Was ist das? Nein, danke. Ich hab dich nicht. Ach, kommt schon. Das war ja wirklich scheiße. Wo ist Lenny? Lenny da. Sabotage mach ich gleich. Nein, ich möchte das da. Ja, nimm's doch dann. Nimm es. Was hat denn der Hitman? Hey, du! Schönling! Komm her, komm her! Ja, du bist gemeint. Kleiner. Hey, du kannst jetzt stehenbleiben. Ich will nicht mit dir kuscheln. Na, grader schon, grader schon gesagt, ich soll herkommen. Ja, ähm... Würde dann trotzdem dummal die Soße in... Boah. Echt mal. Will aber auch nichts machen. Könnte ich jetzt da nicht nehmen, weil der da stand. Das wär's ja jetzt. Oh, da, da, mhm... Warte, warum kann ich... Wieso kann ich das nicht nehmen? Das kann ich doch vorhin nehmen. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ja, klar, wie viele Leute gucken da bitte zu? Wo hab ich denn... Wo hab ich denn... Benzin kann ich da hergehabt? Eeeh... Wo hab ich denn hergehabt? Hey, hey, Finger weg von der Pizza. Die ist noch für Lenny. Hey, 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 du, Pizzenzone. Moment mal. A la Chicago. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, fick dich. Das war's. Okay. Nö, ich lass den einfach mal gehen. Ach, hier war der Benzinkanister. Kann ich jetzt die scharfe Soße nehmen? Hey, ich wusste doch, dass ich im Technikunterricht was gelernt hab. Okay, ich hab fast immer Sohn, aber egal. Ach, der kommt da wieder. Ach, Scheiße. Hey, wohin so eilig? Scheiße, 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 Scheiße. Hey, Arschloch, letztes Outfit. Okay, vergiss's. Da kommt Lenny, da kommt Lenny. Ja, 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 sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Och, Leute. Was soll man denn machen? Was, der ist jetzt auf dem Weg zum Friseur so lange, obwohl ich jetzt grad die Tabletten dem reingeschoben hab? Im Ernst? Okay. Wie du willst. Mach ich halt das als erstes. Sie, 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 sie sind nicht grad gesprächig, was? Ja, das kennen wir jetzt schon. Ich weiß, eine Gas-Explosion ist immer gefährlich. Ich hab drinnen hier mal das Gas auf. Und dann warte ich hier mal. Hey, du! Schönling! Komm her, komm her! Ja, du bist gemein! Ah, danke! Okay, Gas ist aufgedreht. Muss ich jetzt da noch hinschießen, oder? Oder eher nicht. Also, das ist... Wer weiß. Wo geht denn der jetzt hin? Möchte ich erst mal gucken, wo der hingeht. Da hin. Da hin, da hin. Dann sabotieren wir mal nachher noch kurz die Leitungen, wenn das jetzt geht. Okay, er kommt da hin. Alles klar. Bin ich mal gespannt, ob eine Explosion passieren wird. Oder ob ich da noch hinschießen muss. Ja, 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 was, ja, nein, vielleicht, explodiert's, ich weiß es nicht. Nein. Das heißt, ich muss dann nachher noch hinschießen. Ja, wird wahrscheinlich so aussehen. Schöner Tag, was? Ja, also, ah, den Tank auf zwei Weißen. Alles klar. Der hier jetzt pinkelt er gerade da unten hin. Ja, du solltest dir irgendwann mal die Zähne putzen. Wie geht's? Entschuldigung. Wenn du den Scheiß nicht sofort lässt, dann reiß ich dir den Arsch auf. Bitte? Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay. Jetzt. So. Wunderbar. Das schauen wir uns von da oben an. Weil das wird wahrscheinlich ziemlich cool, wenn der jetzt da hinpinkelt und dann einen Stromschlag bekommt. Müssen wir natürlich hier von einer guten Sicht aussehen. So, durchs Fenster. Wo kann ich das gut sehen? Muss der eigentlich von hier sein. Ach ja. Von hier. Ja, genau. Ich war aber da vorhin woanders. Wo war ich denn da? Hä? Hä? Wo läuft der jetzt hin? Okay, okay, er kommt. Würde ich mal sagen, schauen wir uns das von näherem an. Da kommt der, da kommt der. Wunderbar. So. Und jetzt geht es los. Ja, ich warte. Hä? Hat er keinen Stromschlag bekommen? Was zum... Warum hat er keinen Stromschlag bekommen? Ich habe vergessen, Strom drauf zu machen. Das wäre es ja jetzt. Warum blinkt da noch was? Hebel. Ich habe vergessen den Strom. Äh, hä, äh, hä. Okay. Okay, dazu sage ich jetzt nichts. Ach du, Kacke. Ich hoffe, wir schaffen es noch nach oben, bis der wieder kommt. Ich werde jetzt mal irgendwo anders reingingen. Alter. Nein, okay. Alter, wie seht ihr eigentlich immer nach oben? Kann mir auch genau... Ich werde mich nur so gemütlich von unten angucken. Hey, Dschungelkönig, entspannen Sie sich und kommen Sie da runter. Hä, wer hat das gesagt? Oh. Hey, Sie sollten unbedingt mal im Restaurant vorbeischauen. Echt? Sie werden begeistert sein. Okay, das schauen wir uns jetzt von nahem an. So. Komm schon, wie heißt der Mason McReady? So, jetzt beginnt's. Oh. Brennt der? Oh, ich habe eine Doppel, der ist sehr gut. Okay, der raucht ein wenig. Ja, wieso nicht? Also hat niemand was mitbekommen? Nicht mal der, wo da unten gehockt ist. Hast du nicht mal mit meiner Schwester zu sein? Okay, wenn der, ich glaube, ich muss da jetzt, äh, 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 dagegen schießen. Denke ich mir. Oder war das der, wo er auch nach draußen, ach, das war der, wo er auch nach draußen geht. Alles klar, passt auf. Wo ich mir da unten kurz die saubere Soße oder was das war. Ich hoffe, hier ganz gechillt an denen vorbei. Wenn ich jetzt nicht diese scheiß Soße da holen kann. Ach, ich kann die holen, sehr gut. So. Das heißt, ich könnte aber auch eigentlich hinschießen auf das Gas. Oder? Wie sieht's aus? Gut. Und bei dir? Okay, hier ist man die Müsse. Ey, bin ich interessiert, ja? Also schönen Abstand heißen. So, danke. Oh. Fuck, 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 fuck. Jetzt warte ich hier. Und wenn der da reinkommt, erdrosseln wir ihn mit unserer Klavierseite. Das machen wir jetzt einfach, weil ich will nicht jetzt, dass die, wenn ich da jetzt auf den Ofen schieße, weil ich bin mir da nicht sicher, ob das dann da explodiert. Weil dann möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen und dann lieber erdrosseln. Scheiß, jetzt hab ich den verpasst. Das müsste ja aber eigentlich explodieren, wenn... Was soll sonst passieren, meine ich? Wisst ihr was? Ich mach das einfach. Ich hebe jetzt hier meine Waffe hin. So. Was ist denn jetzt los? Hä? So, jetzt geht's. Äh, hier. Dann halte ich nachher so drauf und dann müsste das eigentlich explodieren. Okay, da kommt er auch. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern nachher, wenn der mit dem Rücken da zu... ...zum Ofen steht. Ich beginne ja einfach mit dem Schraubendreher. So, jetzt aber wie... Nein, ich will nicht. So, davon hat niemand was mitbekommen. 122.000 Punkte. Leute, wir wollen... Das ist ja... ...neuer Megarekord. Was, was? Stabilatoren. Gleich in den der Spiegel. Ja, oder doch nicht. Ich will ihn ein Stück wegschleppen. Nein, nein, nein. Gut. Loswerden. Da kommt einer! Nein! Oh Mann! Er wurde umgebracht! Nein! Wo ist er jetzt nicht? Was redest du? Stimmt doch gar nicht. Ich muss den jetzt da rausschleppen. Hallo. Schleppen. Ich muss den jetzt hier mit raus. Sie müssen was? Entführen. Boah, das war aber eine ziemlich geile Mission, muss ich echt sagen. Wir sind so gut wie ohne Geballer durchgekommen, so wie es eigentlich ein richtiger Agent 47 macht. Und, ja... Boah, 200.000 Punkte, das ist ja echt. Boah, dann zack nochmal. Also, so sagt man bei uns auf Schwäbisch. Lautlose Kill-Bonus. Boah, also, dann sehen wir uns mit dem Filmchen in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Hitman. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.